Werbung für eine Veranstaltung am Sonntag, den 11.06.2017 zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Wildtierhilfe in der Lüneburger Heide. Und zwar machen wir jetzt Werbung für die Paralympics. Moki, was sind die Paralympics? Die Paralympics ist eine Hunde-Olympiade für Handicap-Hunde und Hundesenioren, eine etwas andere Hunde-Olympiade mit vielen tollen Preisen, Tompola, für das Kulinarische ist gesorgt und viele Infostände und Verkaufsstände. Paralympics 2017, wir zählen auf euch am 11.06. auf dem Gelände der Wildtierhilfe in der Lüneburger Heide zwischen 11 und 17 Uhr. Bitte auch weitersagen. Bis denn.